Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFA. Ich bin hier gerade ausgestiegen, wollte mit meinem Kollegen mich in der Gegend ein bisschen umschauen und schaut euch mal die beiden Motorradfahrer an. Hallo die Herren, entschuldigen Sie, wir haben hier nur kurz mal angehalten, Sie brauchen nicht gleich eskalieren. Ja, mit dem schwarzen Motorrad fällst du mal bitte ganz ruhig vorbei, was seid ihr denn hier los, ey? Schaut euch mal diese Luxuskarren an. Also, Sie beide kommen jetzt hier mal bitte klar, ja. Der eine lässt jetzt mal den anderen vorbei und dann ist gut. Sie da hinten, hupen Sie mal bitte nicht so. Ja, wir geben uns hier auch Mühe, unseren Job in Ruhe zu machen. Ist das eigentlich eine Gangkarre oder, mal ganz im Ernst, was ist denn das für eine krasse Karre, Leute, ey? Nö, die haben einfach nur eine geile Karre hier. Respekt. Mal gucken, ob die beiden Motorradfahrern noch klarkommen. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass ihr es wieder reingeschaltet habt. Bei mir wird es in naher Zukunft auf meinem YouTube-Kanal wieder mehr Spin-Tires geben. Das heißt wirklich jetzt jeden Tag eine Folge. Ich habe so unglaublich viel mit Monix aufgenommen. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Bitte schaut mal die Folgen an, ob es euch Spaß macht. Ich persönlich habe unglaublich viel Spaß mit Monix zusammen das aufzunehmen. Und es wird aber das Weitere natürlich GTA kommen. LSPDFAR jagt uns, jagt mich online. Also alles, es wird alles kommen. So, wir fahren heute den Mustang, wie ihr seht. Habe ich öfters in den Kommentaren gelesen. Und im Hintergrund habe ich einen Kollegen mit dabei, der aber nur eine Taschenlampe tragen darf. Mal gucken, ob das stimmt. Ob der nur eine Taschenlampe hat, wunderbar. Weil die NPCs sind manchmal ein bisschen aggro. Und ich will nicht, dass ihr da jeden abgenhalten. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, Leute. Eine weitere Folge LSPDFAR. Road to 100.000 Abonnenten. Wir sind bald soweit. Guckt euch mal die Karre an, die da vorbeifährt. Was ist das für ein Viertel, Leute? Alles klar. Ja genau, hup mich an. Ich stehe auf dem Parkplatz. Gibt's ja nicht, ey. Kurz den Druck und dann geht's los. Ich habe vor kurzem. Da ein neues Mod installiert. Und zwar einen Mod, wo es darum geht, dass Straßengängs in bestimmten Vierteln hier die Stadt ein bisschen belebter machen. Ich glaube, ich habe auch mit diesem Mod eingestellt, dass in diesen Luxusvierteln mehr Luxuskarren fahren. Da schaut euch mal die Karre an. Und jetzt hier kommt noch so ein Bentley-Verschnitt vorbei. Also hier fahren echt gerade krasse Karren durch die Gegend. Und ich glaube, wir werden heute auch mal ein bisschen hier in der Gegend unsere Streife absolvieren. Falls ich ein bisschen erkältet klinge, meine lieben Zuschauer. Wer die eine oder andere Folge letztens gesehen hat, weiß, ich habe Heuschnupfen. Bei uns fliegen gerade die Gräser durch die Luft. Und ich habe Heuschnupfen. Das bedeutet, ich klinge immer ein bisschen erkältet. Meine Nase ist aber nur leider ein bisschen dicht. Kann ich leider nicht ändern, Leute. Diese blöden Gräser. Ansonsten auch gute Nachrichten an der Blutspendefront. Ich habe gefühlt hier 20 Mückenstiche am Körper. Ich habe immer nachts hier bei mir in der Wohnung die Fenster offen, damit man ein bisschen abkühlt. Weil es am Tag wirklich tierisch heiß ist. Und ey, ich sage euch, mein ganzer Körper ist einfach eine Mückenlandschaft mit überall Krater. So, wir müssen hier mal kurz ein bisschen reinfahren, ja. Ich habe der Zentrale Bescheid gesagt, dass wir das hier so wegräumen. Gucken, dass wir das hier stehen lassen. So, jetzt passt mal auf. Jetzt machen wir das ganz geschickt. Wir stellen es jetzt wieder da hin. Hier mal prüfen, ob es irgendwelche Leute gibt, die hier illegal reingefahren sind. Wie geil ist das? Das hat einfach geklappt. So, mein Kollege ist übrigens Charlie. Charlie, alles gut bei dir? Charlie, schau doch mal wenigstens rüber, zu dem ich nicht mit dir rede. Charlie! Okay, Charlie ist ein bisschen blöd. Ähm, wir fahren mal hier runter, schauen hier an dem See, ob da irgendwelche illegalen Sachen passieren. Manchmal gibt es hier Wildjäger, das willst du natürlich nicht. Hier drin baden ist auch verboten. Da unten, was zur Hölle ist das denn? Leute, ich glaube, ich glaube, das stimmt was nicht. Da sollten wir mal runterschauen. Charlie, komm mal mit. Charlie? Oh Gott, ich glaube, das Flugzeug ist umgekippt. Ich spring rein. Vielleicht ist da noch jemand drin. Oh mein Gott, Leute. Das Flugzeug ist umgekippt. Gucken, ob da jemand drin sitzt. Ne, alles gut. Keine Person. Und doch, oh Gott, oh nein. Und doch. Ich weiß es nicht. Charlie? Okay, alles klar. Ich muss wieder auftauchen, sonst ertrink ich jetzt auch noch. Da ist keiner drin. Charlie, ähm, bitte einmal durchfunken. Der Zentrale. Wir haben hier ein umgekipptes Flugzeug, Wasserflugzeug. Es sind aber keine Personen mehr im Boot. Kannst du auch gleich mal ausschreiben. Ich bin heroisch ins Wasser gesprungen. Aber grundsätzlich bin ich da nur rein, weil mir tierisch warm ist. Ich habe eine Abkühlung gebraucht. So, dann wieder zurück in unserem Mustang. Sieht so aus, als würden hier ein paar Regentropfen runterkommen. Wobei das bei dem Wetter gerade sehr untypisch ist. Ich werde heute mal nicht am Wetter rumschauen. Das war ja interessant. Ganz ehrlich, Leute, wie passiert denn sowas? Habt ihr das schon mal gesehen, dass hier im See das Boot auf dem... Äh, das Boot sag ich schon. Genau, jetzt ist es ein Boot. Der, ähm, der Flieger hier auf dem Kopf legt, so ich nicht. So. Dann fahren wir mal ein bisschen weiter, Streife. Im Übrigen, Leute, Road to 100.000 Abonnenten. Bitte teilt meine Videos, sagt euer Kumpels Bescheid. 1.000 Abonnenten kann ich in einer Woche schaffen. Das ist wirklich möglich. Habe ich in der Vergangenheit auch schon. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, lasst ein Abo da. Packt auch mal auf die Glocke einen Klick drauf und sagt, Aktivierung an für alle News, äh, für alle Videos. Das ist ja richtig cool. So, dann haben wir jetzt bei Chats. Jetzt fängt es wirklich das Regen an. Ich mache mal das Wetter ein bisschen besser. Warte mal hier. Warte mal hier. Clear. So, der Regen geht mir nicht fast ein bisschen auf den Nerven. Ich habe halt Lust, bei schönem Wetter durch das Land auszufahren. Ist meistens ja auch schöner. So, hier unten war eigentlich alles in Ordnung. Sagt nochmal, ob ihr auch Bock habt, dass ich sowas hier auf das mache. So einfach patrouille. Es gibt ja manchmal Dinge, die einfach so auf der Straße passieren. Ich habe ein Plugin, das einfach Random Events startet. So heißt es, man muss hier wieder... ...das wieder wegschieben. Und, ähm, die können überall geschehen, diese Events. Es kann überall soweit sein. So, dann machen wir wieder zu. Langsam und kurz fahren. Ah, ein bisschen schief, aber so passt es schon. Wow! Ups. Beinahe die Kahl reingefahren. So, war ich beinahe die Kahl reingefahren. Wir haben jetzt mal einen Playcheck. So, Eimerzentrale bitte an F620, Kennzeichen 28. RMI 764. Okay, der weiß Bescheid. Äh, Halt, Stopp! Sieh da vorne! So, Kollege. Ähm, wir haben hier einen anscheinend flüchtigen Fahrer oder eine Fahrerin. Du siehst, die Person versucht nur durch den Zaun zu kommen. Schafft es aber nicht wirklich. Ich rufe mal kurz hier noch den Local Patrol dazu. Wer kam jetzt gerade der Funk durch? Oh, okay, einsteigen, einsteigen. Weiter geht's. Die Person ist wohl nicht gewillt, anzuhalten. Kollege, hier bin ich. Hallo. Was ist los mit euch? Oh Mann, ey. Achso, oh. Wo ist der jetzt? Anna, lass die Person. Beinahe. Schon wieder so eine krasse Karre. So, was ist denn los mit dem hier vorne? So, jetzt mal bitte anhalten. So, hier ist unser Verdächtiger. Holy shit. Sehr ungewöhnlich. Aber hey, wow. Hat er mal einen harten U-Toy gemacht. Hat er mich ausgetrickst. Okay, da vorne ist, ähm. Schon ein Kollege. Hat er da Roadblock gescheit? Okay, wunderbar. Da fandest du Roadblock, Leute. Gucken auf den... Nein! Nein! Blödes Game! Warum crashst du jetzt? Ich hasse dich! Wie es leider des Öfteren so ist, meine lieben Zuschauer, ist gerade mal GTA gecrasht. Eigentlich sehr schade. Hätte eine coole Situation werden können mit der Verfolgungsjagd. Ich habe, jetzt passt mal auf. Dadurch, dass ich jetzt neu gestartet habe, bin ich jetzt der weiße Kerl und mein Bodyguard ist der schwarze. Auch nicht schlecht, oder? Haben wir mal Rollen getauscht. Wir werden weiterhin, ähm, hier in West-Sankur in Blaine County ein bisschen Streife fahren, Fahrzeug überprüfen. Zum Beispiel jetzt hier vor mir das Fahrzeug. Werden wir auch mal einen Playcheck machen. Gucken, was die Zentrale dazu sagt. Guardian Zentrale 40 ZYM-225, Kennzeichen bitte. Target License Place. 4, 0, Charles, Young, Mary, 2, 2, 5, a traffic violation. So. Sagen wir mal, dass wir dann anhalten. Na, natürlich. So, wir haben wieder eine Verfolgungsjagd, Leute. Das Fahrzeug hält nicht an. Ich habe wieder eine Straßensperre angefordert. Hoffe, dass das Plugin nicht der Grund, weil gerade das gecrashed ist. Man weiß ja nie. Der fährt super gefährlich da vorne und gibt auch ganz schön Gas. Zum Glück haben wir auch eine schnelle Karre, Leute. What the fuck, Opa? Was war das denn für ein Ding? Müssen wir aufpassen, dass der keinen Unfall baut. Oh, genau, das meinte ich. Fährt hier außer Kontrolle. Clear. Roblox deployed directly ahead of you. Okay, Roadblock ist da vorne, Leute. Ich war ein bisschen langsamer. So, da vorne staut sich auch schon richtig. Ich hoffe, dass die Kollegen schießt doch auf die Reifen, man. Schießt doch bitte auf die Reifen. Holy shit. Kumpel, steig mit ein. Steig ein, hallo. Kumpel, steig ein. Ach komm schon, Bodyguard. Komm, steig ein. Oh, der will nicht kennen, dass man da steht. Musst du weiterverfolgen. Schade, Mann. Warum ist denn der Kumpel da aus? Die kommen da vorne, da ist die Tür noch offen vor dem Auto. Seht ihr es? Hier, wenn wir zurück. Keine Chance, Mann. Oh, no, 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 no. Vorsicht, Leute. Vorsicht. Wir brauchen unbedingt noch eine Straßensperre. Komm, steig wieder ein, Kumpel. Ich wollte mal Bodyguard sagen, was soll ich hier einsteigen? Oh, warte mal, warte mal. Wollt euch die Pistole her? Komm, Bodyguard, steig ein. Bodyguard-Menü. Hier geht's auf Task-Menü. Wo war das denn? Ähm, Follow hier, komm. Komm, hier rein jetzt. Hier voll, hab ich gesagt. Ja, irgendwie mag der nicht mehr mit den Kollegen. Sorry, rest in peace. Wir werden das Fahrzeug weiterverfolgen. Das ist mir gerade wichtiger. Wenn er meint, er muss nicht einsteigen, kann ich auch nichts dafür. Vorne scheinen schon einige Einheiten dabei zu sein. Mach dir mal die Tür weg hier. Wow. Wow, 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 holy shit. Oh, stopp, 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 oh mein Gott. Ich wollte ihm nur helfen und die Tür wegmachen, jetzt bin ich auf vorne keine durchgeraust. Wo ist denn das Fahrzeug? Der ist doch gar nicht der hier, oder? Das Fahrzeug gewechselt? Kann doch nicht wahr sein. Ich hab jetzt schon zwei... What the fuck, das Auto davon hat das gesehen? Ich hab jetzt schon die Hinterreifen weggeballert und trotzdem fährt er noch. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist aber ganz schön aggressiv. Ich denke jetzt an der Vorleute, das kann doch nicht wahr sein. Kommst du jetzt aber, ich bin hier irgendwie eingekleppt, Leute. Oh shit, holy shit, no, 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 no. Holy fucking shit, man. Es geht ab mit dem, hallo? What the fuck, Alter? Wie geht der denn ab, ey, Leute? Kannst du mal bitte aufhören damit? Zieht euch das mal rein. Wie der mit meinem Auto umgeht. Völlig Banane, oder? Aber eine coole, eine coole Verfolgungsjahr hat. Schade, hier sieht man den Verfolgern. Ich muss den Truck ein bisschen weiter von oben drauf. Ach, schade, krieg ich keinen guten Screenshot. Auf jeden Fall ist der ja völlig Banane hier. Komm, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Schieß doch, schieß doch, Leute, schieß doch. Ey, kann doch nicht wahr sein, ey. Müssen wir jetzt endlich mal hier von der Straße kriegen, ey. Schau, raus aus dem Auto, raus aus dem Auto, jetzt hab ich dich. Runter auf den Boden, runter auf den Boden. Wo ist er denn? Ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Alles klar, Alter. Nehm' den nur fest, Leute. Holy shit, haben wir hier viele Kopse, ey. Alles im Griff, Leute. Sperrt erstmal die Straße ab. So, sie sind vorläufig festgenommen. Wegen massiven Eingriffen in den Straßenverkehr. Versuchte Mord und sonstigen Schwerenvergehen. So. Ich werde sie einmal überprüfen, ob sie irgendwas illegales einstecken haben. Bitte bleiben sie ruhig. So, was haben wir denn da gefunden? Ja, okay, okay. Haben sie irgendwas hier unten in der Hosentasche? Erzählen sie mir keinen Mist. Ich überprüfe das alles, ich finde alles. So, wir haben Carkeys, Pocketknife, ne Granate haben sie bei sich. Das wird auf jeden Fall vor Gericht gegen sie verwendet. Sie können einfach nicht ne Granate bei sich tragen. So, wir wollen den Kollegen mal herkommen und ihn abholen. Jungs. Warte, warum? Hey, Jungs, halt, stopp. Was ist da los da oben? Wo ist der? Jungs, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Habt ihr das gesehen? Kommt, mitkommen. Das ist mein Bodyguard-Kumpel hier. Der ist übrigens auch wieder da, beziehungsweise. Ich laufe mal mit dem mit hier. Was hat der denn gerade gesehen, was ich nicht gesehen habe? Habt ihr das gesehen? Der steigt aus und fällt sofort ein Schießen an. Wo ist der? Was macht Snow hier? Holy shit. Habt ihr gerade wirklich so ein Puma hier abgeknallt? Eigentlich schlecht aus. Respekt. Hab ich ja gar nicht gesehen. Hatte ich nicht mal so ein Plugin, wo ich hier... Ich ruf mal Corona. Mal gucken. Ich glaube, es gibt ein Callout-Paket Wilder, das Callout. Und da kann ich einen Veterinär rufen, der dann Methilkadaver abholt. Aber ich glaube, das habe ich gerade nicht installiert, dieses Plugin. So. Bitte, Kumpels, da unten fahrt nicht gegen mein Auto. Fahrt rückwärts. Fahrt einfach rückwärts weg. Das wird total nett von euch. Rast nicht in mein Auto rein. Und was ich echt witzig finde, ist, dass mein Kollege wieder mit am Start ist. Auf einmal so wieder da. Steuerung Z. Workbox können wir auflösen. Ups. Hier seht ihr unten links. Ich habe auch gerade ein Plugin aktiviert und deaktiviert. Das wollte ich gar nicht. So, ich gucke, ob die Kollegen jetzt einfach weiterfahren, wenn ich ein Stück weiter fahre. Und er steigt auch wieder ein. Wunderbar. Was haltet ihr davon, wenn wir unsere Fahrzeuge einmal reparieren? Guck mal, was ist das, der Corona? Wirklich? Ein Polizeifahrzeug? Habe ich auch noch nicht gesehen. Genau. Fahrt einfach mit dem Kreis hier ein bisschen. Die Welt schon wissen, was wir machen. Okay. Sehr interessante Einsätze bis jetzt. Bin auch froh, dass beim zweiten Mal nicht schon wieder das Game gecrashed ist. Läuft gerade auch super stabil. Ich hoffe, ihr findet es auch cool. Ich hoffe, ihr mögt GTA allgemein bei mir. Und es gab auch heute eine neue Folge Jagdons Online. Da haben wir ein bisschen Roleplay gespielt. Auch sehr, sehr witzig. Wird es in Zukunft wahrscheinlich mehr geben, auch mit anderen Mitspielern. Und mein Plan ist es, in Zukunft auch einen Server zu machen, wo wir alle zusammen, ihr mit mir oder ihr alleine, jederzeit mit den Fahrzeugen fahren können, die ich auch in meinen Folgen zeige. Das dauert aber noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wenn euch sowas gefallen würde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil dann gibt man uns nochmal ein bisschen mehr Mühe. Wir machen das schneller. Wir überprüfen nochmal ein Fahrzeug. Einmal bitte zentral den Priya 62 OWV 690. Okay, der ist sehr schnell angehalten. So, jetzt stehen wir halt wieder mitten auf der Brücke. So, Kollege, passt bitte auf. Ich will jetzt mal das Fahrzeug rangehen. Sicher mich bitte von der Seite. Alles klar. Und natürlich wieder. Wir haben halt nur Verfolge geschlagen. Wie geil eigentlich. So, Straßensperre. Erkenne ich nichts. Halt, das war Steuerung D. Wunderbar. Unglaublich, wie schnell das Fahrzeug ist. So, ich habe nur den Roadblock jetzt gerufen. Keine weitere Verstärkung auf der Straße. Du hast im einfachen Grund, dass ich denke, dass das hier zu gefährlich ist, wenn wir jetzt nur noch weitere NPCs mit am Start haben. Okay, da vorne ist er, ich sehe ihn wieder. Also, dafür ist der Mustang echt gut, Mann. Der fährt richtig schön schnell. Oh, shit. Oh, shit. Boah, beinahe. Okay. Vorsicht, Jungs. Vorsicht, gehen Sie mal weg da hier. Hier ist eine Straßensperre. Holt den mal raus da vorne. Lasst ihn nicht überfahren. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und die fahren sofort da raus. Raus aus dem Fahrzeug, runter auf den Boden. Runter auf den Boden, die Dame, runter auf den Boden. Okay, nice. Good job, Mann. Alles klar, meine lieben Zuschauer. Ich denke, das war's für heute. Haben wir gut hinbekommen. Waren sehr interessante Verfolgungsjagden. Und hat mir persönlich auch Spaß gemacht. Wenn euch diese Folgen gefallen, lasst bitte ein Like da. Teilt es doch vielleicht mit euren Freunden, der Oma, dem Opa, was weiß ich. Schickt es ja auf WhatsApp rum. Ich würde mich tierisch freuen. Und vielleicht knacken wir ja bald die 100.000 Abonnenten. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Schaut auch mal die Endcard. Da habe ich euch zwei weitere Videos verlinkt. Vielleicht gefallen sie euch ja. Und ihr wollt noch ein bisschen Zeit verbringen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie euch die Folge heute gefallen hat. Ich würde mich freuen. Ich bin somit erstmal draußen und wünsche euch eine tolle Zeit. Und weiterhin viel Spaß auf dem Kanal. Macht's gut. Aus dem Mustang mit meinem Kollegen sagt euer Ralf. So, Jungs, wartet. Ich bin auch gleich hier weg. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.